Dann mal hier zwölf Freispiele. Ein Echtchenge. Das war's. Nummer 12. Kommt keine mehr dazu. Kasselstoß hier. Ja, sind wir hin. So, dann suchen wir uns hier mal was aus. Machen wir mal die. Mal drei. Und? 15. Warte mal los. Am besten dreimal die Sonnenblume. Wow. Oha, da ist aber wenig verschickt. Schade, schade, schade. So, hier mal eine Runde Freispiele. Mal schauen, was das wird hier. Mal schauen, was das wird hier ist. Mal schauen, was das wird hier. Mal schauen. Mal schauen, was das ist. 30 30 darf aber nächstes mal mehr werden und mal ein versuch hexenkessel sieben freispiele eins noch ja wohl oh 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 30 euros Das war's. Und dann habe ich mich noch ein paar mir an Ockel. da ist noch drei kein Mist, na ist es, jawoll und ich drängst dazu und 18, wir steigern uns jawoll na, los, hau na, na aha das können knapp werden oh ha oh, schade beim Arm möchte er nicht weiter, ne, denn nicht so, dann gibt es hier mal eine Runde eine Verlängerung, ja, besser als hoch wir haben ja schließlich noch nichts nicht 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 richtig schlecht bezahlt übel und hier mal eine runde bücher 2 euro spieleinsatz ok 3 Los, die Angerbäden auch noch. Ah, durchgefletztet, ass. Drei, und eine Chance haben wir noch, zwei noch mal zum Schluss, so, dann sind wir bei 143. So, dann kriegen wir hier mal noch drei Spielrunde, ein Euro Einsatz diesmal. So, dann kriegen wir hier mal noch, zwei noch mal zum Schluss, so, dann kommen wir hier mal zum Schluss, dann kommen wir mal zum Schluss, dann kommen wir mal zum Schluss. Na, nun hauen wir mal was drinnen hier. Kleckerei schon wieder, können wir ja nicht leiden. Ah, das sieht schon besser aus. Ja, nicht. Das war's. 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 Das war's.